Wir als Rügenfit sind Problemlöser. Neben dem klassischen Fitnesstraining sind wir Spezialist für Rückengesundheit, für Abnehmprobleme, Reha-Sportspezialist und Spezialist für Prävention. Durch die Kooperation mit Ärzten, Krankenkassen und Apotheken ergänzen wir unsere Fachkompetenz. Bei uns werden die Mitglieder durch kompetentes Fachpersonal betreut und über ein Betreuungssystem an ihr persönliches Ziel gebracht. Wir starten meistens damit, dass wir in einem Gespräch gemeinsam erstmal herausarbeiten, was für Beschwerden das Mitglied schon mal mitbringt. Die grundlegenden Natur sind, der eine oder andere hat dann auch schon künstliche Hüftgelenke, Bandscheibenvorfälle, Herzschrittmacher etc. Und das sind auch für uns wichtige Informationen, wenn wir das schon mal wissen im Vorfeld, damit wir das einfach besser handeln können. Im Gespräch erfolgt eine kleine körperliche Untersuchung und wir gucken, sind muskuläre Disbalancen da, die es dann vielleicht durch ein darauf eingehen im Trainingsplan auszugleichen gilt. Es werden dann meist daraufhin ja auch entsprechende Trainingsempfehlungen schon mal ausgesprochen und besprochen im Anschluss an den Statik-Check mit dem Mitglied gleich im Anschluss. Wir decken verschiedene Bereiche im Kursbereich ab. Also zum einen machen wir für die Ausdauer, für die Beweglichkeit, für die Kraft. Natürlich ist das aber nicht alles. Wir haben da noch ein richtig tolles Betreuungssystem. Und wir haben hier auf der Trainingsfläche die Möglichkeit, mit unserer MySports-App einen richtig tollen individuellen Trainingsplan zu erstellen, mit dem sie dann die Möglichkeit haben, an den Geräten ihre Ziele zu erreichen. Also wir haben alle drei Monate zum Beispiel, haben wir ja diese Körperanalyse und dann gucken wir mal, welches Ziel möchte der Mensch erreichen bei uns hier im Studio. Und dann werden wir das definitiv dann auch angehen. Dann trainieren wir mit dem Menschen hier an den Geräten. Und das macht dann auch mega viel Spaß, weil die Leute dann merken, hey, die stellen sich ja direkt auf mich ein und ich kann genauso trainieren, wie ich mir das gewünscht habe. Und das ist uns ganz wichtig, denn der Spaß im Training, der darf niemals aufhören. Der muss immer weitergehen, weil nur dann bleiben die Menschen motiviert. Und wenn sie dann noch ihre Ziele erreichen, dann haben wir unseren Job zu 100 Prozent gemacht. Also zum einen wollen wir die Probleme der Kunden lösen bzw. lindern und Figur verbessern bzw. das Aussehen auch verbessern, Gewicht reduzieren und natürlich auch Schmerzen lindern. Unsere Mitglieder sollen sich wie zu Hause fühlen. Sie sollen eine gemütliche Atmosphäre haben und wir wollen uns so von den größeren Fitnessketten abheben. Wir sind eigentlich eine Begegnungsstätte für Jung und Alt. Wir wollen ja, dass die Leute sich wohlfühlen, viele Gespräche haben, sich treffen und einfach Spaß haben. Bis zum nächsten Mal.